Das ist der alte Motor, der kaputt ist, der nicht funktioniert. Der hat dieses Spiel, das hört man. Das hier ist der andere alte Motor, der funktioniert, der dieses Spiel nicht hat. Da kann ich den Rotor drehen, bewegen, wie ich will, da passiert nichts. Es ist fest, fühlt sich gut an. Und das hier, das ist der neue Ersatzmotor und der hat dasselbe Problem, sogar noch doller. Ich habe die Motoren auch schon getauscht und es ist definitiv der Motor. Alles andere sitzt fest.